Ich glaube, dass wir diese Thematik Biodiversität, dass wir die noch mehr erklären müssen, wie wichtig die für uns ist, wie wichtig die für die Schöpfung ist. Und als Union finde ich das ganz besonders wichtig. Wir haben nicht nur ein spezielles Menschenbild, ein christliches Menschenbild, sondern wir beziehen uns immer auf die Bewahrung der Schöpfung. Und hier fängt das einfach an. Und wenn wir dieses ausfüllen wollen, dann sollten wir das tun. Untertitelung des ZDF, 2020